In diesem Augenblick leben 6 Milliarden, 470 Millionen, 818 Tausend, 671 Menschen auf der Welt. Manche in Panik. Manche kommen nach Hause. Manche erzählen Lügen, um den Tag zu überstehen. Andere stellen sich jetzt der Wahrheit. Und manche sind böse und bekämpfen das Gute. Und manche sind gut und bekämpfen das Böse. Sechs Milliarden Menschen auf der Welt. Sechs Milliarden Seelen. Und manchmal braucht man nur eine einzige. Med avoidant. Und manchmal braucht man nur eine Funkturina.